Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so ein Kreuzkoffergurt bei einem Koffer richtig anbringen kannst, dass du diesen beim Gepäckband einfach sofort erkennen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal mache ich mein Kofferband so groß wie möglich, dass es später nicht zu klein ist. Hier für einmal diese Lasche hier Richtung Verschluss langziehen, bis ganz nach hinten. Und dann muss man dementsprechend auch immer den Gurt nochmal etwas durch diesen Verschluss hindurch geben und das immer weiter, bis wirklich der Verschluss hier vorne ganz dort ist. Mit der anderen Hälfte des Gurtes natürlich genau dasselbe Spiel machen. Und wir öffnen dann mal beide Verschlüsse hier. Zuerst einmal kümmern wir uns um das vertikale Band hier. Wichtig ist, dass dieser kleine Behälter hier noch, wo man seine Adresse mit einem Zettel hineingeben kann, nach unten schaut, dass der Zettel natürlich auch nicht irgendwie rausfliegen kann. Als nächstes gebe ich mal diesen offenen Verschluss hier oben durch den Tragegriff hindurch. Dass dieser einfach hängen bleibt. Und die seitlichen Bänder lege ich auch einmal über den Koffer, denn wir machen das ja schließlich alles alleine. Jetzt schaue ich, dass mein Band hier nicht verdreht ist und gebe diesen Teil einfach mal unter den Koffer hindurch. Im Notfall kann man den Koffer natürlich auch etwas anheben. Und von hinten gebe ich diesen auch wieder nach oben hindurch, dass er oben wieder rausschaut. Nun den Verschluss schließen und einfach einmal nach vorne geben, dass hier diese Kreuzung wirklich schön mittig sitzt. Nun kann ich das vertikale Band hier nämlich schon einigermaßen festziehen. Hierfür mit der einen Hand die Schnalle halten und mit der anderen einmal das Band hier noch etwas weiter geben. Es muss nicht bombenfest sein, sondern einfach, dass es mal schön strach sitzt. Wenn das geschehen ist, einmal unser horizontales Band nehmen. Hierfür wieder schauen, dass das Band unbedingt hier hinten beim Koffer durch diesen Griff hindurch geht. Und wir schauen uns einmal die Rückseite an. Hier sehen wir, dass das Band um einiges zu lang ist. Deswegen können wir es schon mal grob einstellen. Hierfür die eine Hälfte von unserem Verschluss nehmen und die Schnalle nach hinten ziehen. Das kann man übrigens mit dem vertikalen Band genauso machen, wenn es einfach viel zu lange ist. Die Länge passt schon einigermaßen. Jetzt kann ich ihn wieder zumachen und nun einfach noch die Schnallen etwas fester ziehen, dass die Bänder hier wirklich schön fest an meinem Koffer dort sitzen. Die Bänder hier sind fest angezogen, können sich also nicht mehr leicht verschieben. Und den Verschluss habe ich jetzt auch noch nach vorne getan, dass beide Verschlüsse vorne schön zu sehen sind. Und aus diesem Grund haben wir dann auch schon unser Kofferband hier richtig gewechselt, was einmal eingestellt für den Koffer natürlich sehr schnell immer wieder verwendet werden kann. Und wir sehen es bei dem Kippeckband sofort. Wenn du dir jetzt übrigens so ein Kofferband hier, einen hochwertigen Koffer mit so einem Vorhangeschloss, zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich eine Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellung zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Vielen Dank. Vielen Dank.